Berlinski! Ist das nicht polnisch? Na egal. Das ist alles polnisch für mich. Was ist denn das bitte? Wo soll ich denn da lang fahren? Kann was lang gehen? Nein! Oh Gott, ich hasse so ne Rennen. Ey, du bist so ein Arsch. Du bist so ein Arsch. Du bist so ein Arsch! Ich seh nix! Mein! Scheiße! Ohohohohoho! Flipsboy! Oh fuck! Irgendwas habt ihr mir grade geschickt, oder? Ja, ich wollte dir eigentlich Ding schicken. Ding schicken wolltest du mir brauchst du nicht, hab ich noch? Eine Einladung! Die einfach so kommt so Brauchst du mich schicken? Na gut! Aber ist nett, dass ihr Sorgen ist. Das war schon geil mit dem Einem, was ich geschickt hab. Du bist in dem Haus, du musst einfach nur zum Eclipse Tau, oder sollen wir runterkommen? Ah, ich komm da unten. Irgendwie... Die Stimmpart hier nicht, meine Grafik sieht so komisch aus. Na egal, nehmen wir hoch. Dann fahren wir mal zur Sendung entgegen. Aha, ich geh mal kurz. Warte. Dann brauche ich keine Karre holen. Ich gebe euch ja ein Vodka aus. Oh lecker, lecker Schmecker. Ich muss mich grad so ein bisschen umzoomen, weil... War grad so ein bisschen kaputt dazu. Ich bin ja hier grade mit irgendwie total Außenseiterin. Podcast Love, Podcast Life. Mit meinem Dialekt. Obwohl das... Wo seid ihr denn? Es ist... Es ist jetzt... Am plötzlich schweizerisch. Schreck. Hört drauf, sonst... Schreck? Was? Ich kenn nur Schreck... Ich kenn nur Schreck aus diesem komischen... Zeichendreck-Film. Ja, das ist ja. Jetzt ja. Jetzt fühlt mir ihr, ihr Körper, ihr. Jetzt holt ihn mal hier. Jetzt... Warte. Wie hat Mutzus letztes Mal gesagt so... Mach mal Kusch. Mach mal Kusch. Genau, mach weg. Tschüss. Mach Kusch. Kusch, Kusch. Oh Scheiße. Mach den weg weg. Ich brauch Hilfe. Ich hab die Cops an der Backe. Wer ist denn da oben wieder von euch? Was hast du denn jetzt schon wieder gemacht? Hast du dich schon wieder gebückt? Böse, Böse. Du weißt doch... Prostitution ist illegal. Ist illegal. Leilogel. Aber eben... Die heilige Wodkaflasche. Ja, die hätt ich auch gern. Eben hast du ja so schön Meister Röhrig imitiert. Das kannst du ja richtig gut. Ich auch. Ich auch. Ich glaub die Russen kommen. Oh, was geht denn hier? Warte schnell. Schnell rein, da kommt irgendwas. Oh nö, hier sind die Russen glaub ich. Aber hier wird dich draußen. Aber die sind aber extrem. Oh Mann, die Russen sind da. Oh, guck mal wer da ist hier. Hast du... Hast du... Ja, hast du. Ne mehr. Ich schieß den da auch nicht. Weiß ich nicht. Aber irgendwann... Machst du sie nochmal alle? Weil wir hier stehen bleiben. Ich bin fast tot. Äh? Bei mir war das Standbild. Ja, ja. Ich hatte wieder mal Standbild. So wie James. Das ist nicht einfach mal meine teure Karre. Jetzt fällt schon eine schicke Limo, ne? Und der ballert einfach drauf. Oh, bei mir leckt das wieder was. Ja, zoll. Genau, der ballert einfach drauf. Also wirklich. So was schämst dich nicht? Ich ruf mal hier Lamar an. Ne, nicht Lamar. Doch Lamar? Ne, nicht Lamar. Warum willst du Lamar? Ich glaub zwei Sterne. Nein, ist nicht Lamar. Ich hab... Ich schlaf schon. Das machen wir ohne ihn. Ja, dann mach mal. Danke, verswende dich. Schaltkühlt Modus, die habe ich nicht. Was machen wir hier eigentlich gerade? Ähm... Ich ruf den jetzt an, dann haben wir die Sterne los. Juhu. Oho Scheiße, ok, wir sind die Sterne los. Juhu. Okay, so genau. Ich muss sagen, also... Kommt sie auch los. Die... Die Kopf, das ist eine richtig geile Taktik, ne? Schaltkipp Modus. Oh. Und dann total blockieren... Lass. Oh. Und was warten wir eigentlich? Hab ich wieder ein Leck? Ach ne da ist er. Moin. Nimm mich mit. Guck mal da steht ein komischer, den kannst du überfahren. Im Schoss eingeschlafen und in meiner Kotze aufgewacht. Benne! Benne! Ich dachte schon, ich hab Standbild. Ja, ich folow auch gleich mal. Dir noch... Was ist denn da los? Warte, gucken wir uns an, wie der Schwarze verhaftet wird. Vor allem, wie der dazwischen sich durchquetscht. Schade. Habt ihr gedacht, ich verhaftet? Na aber. Warum ist der? Oh Scheiße. Schade Scheiße. Was machen wir hier überhaupt? Warte, ich rufe jetzt an. Hast du gerade schon? Ach ne, hast du nicht. War tot. Ja, die Einladung habe ich schon gesehen. Ich werde die so schnell es geht irgendwie beantworten. Aber ich denke mal heute nicht mehr. Weil die wollen jetzt noch aufnehmen. Und ja, ich... Aufnehmen nicht mehr. Ne, ne, das schaffen wir heute nicht mehr. Ne, ich zeichne zwar nebenbei auf, aber... Das werde ich jetzt, denke mal als... ...Cutscenes oder so bringen. Okay. Mal gucken halt. Mal gucken. Übrigens hier... Ich hab da so einen schönen YouTube-Channel, den kannst du ruhig mal erwähnen. Okay, sie hat da so einen schönen YouTube-Channel, den kannst du ruhig mal erwähnen. Dankeschön. Ne, ähm... Was ist Sandy? Ich glaube... Sandy and Matt. Sandy and Matt, genau. Ne, ich bin ja dann überlegen. Hast du... Du hast das nicht dazu gemacht, oder? Ne, ich kann nicht. Sagen wir es mal so, mein Internet macht es nicht mit. Wäre schön. Okay, weil du tatsächlich gesagt... Schreib mal kurz irgendwas im Chat, dann kann ich dich nämlich zum Moderator machen. Dann kannst du alles anschreiben, was du willst. Du bist jetzt mein Daddy. Mein Sugar Daddy. Fahr los. Ich dachte mir, du hast einen schwarzen Sugar Daddy. Ja. Eigentlich auch, ja. Den nehme ich auch, zur Not. Du hast meistens noch einen schwarzen Sugar Daddy. Ich hab zwei. Na, von jedem... Einen muss man haben, heutzutage. Einen Sugar Daddy. Wenn der eine nicht da ist, muss der andere halt ran. Ha, ich will doch nur... Ich will nur den AGB von YouTube zustimmen. Ja, ich verkaufe meine Seele. Gute Scheiße. Sparne, man kriegt uns gar nicht mehr so einfach. Doch, juhu. Juhu, juhu. Juhu, juhu. Ja, bitte schön, ja. Ja, ich verkaufe den schwarzen Klumpen, der in der Nähe meines Herzens ist. Das verwechselst du mit deiner Lunge, du. Ach so. Okay. Obwohl, du bist nicht Raucher, ne, oder? Ah, ah. Okay, du bist Kettenraucher. Ahem. Ich hab dich ja noch nie... Weil du bist ja so anständig, du rauchst nicht während eines Streams, oder? Ja. Na du. Wie? Du rauchst nicht. Du rauchst nicht. Du rauchst nicht. Du rauchst nicht. Habe ich doch gesagt. Du rauchst nicht. Du rauchst nicht. Das weiß ich nicht mehr. Das kann ich auch noch hauptsächlich, wenn ich... Und der nächste Russe. Hey, schon wieder ein Russe? Ist doch cool. Die Wodka haben wir next. Wodka, genau. Das Liebowitz nehm ich auch. Obwohl es ist polnisch, glaub ich, ne? Das Liebowitz. Ja, irgendwie schon. Äh, was wollen wir machen? Soll ich hier... Soll ich hier eine kleine... Rechnen? Ja... Das ist was, was nicht so lange dauert, weil ne Mission ist glaub ich ein bisschen kacke. Vor allem, wenn man den Andi dabei hat. Mhm. Obwohl die Folge war geil, also meine letzte Folge, die ich gebracht habe, die kam gut an. Übrigens, Andi, deine... Du, ich bin dir peinlich. Mussten die Leute leider feststellen. Hahaha. Das ist so geil. Hast du dir mal das Intro reingezogen? Musst mal morgen machen. Mag ich morgen. Ja, mach das mal. Du musst die Gruppe pullern haben. Sogar welche lachen, die sonst meine Videos nicht gucken. Ach so, hab ich schon eine Einladung gekriegt? Ich sitz hier und klotz blöd. So. So. Ich hab dich schon erwähnt, okay? Oh, dankeschön. Mach Sugar Daddy gerne. Keine Probleme. Sugar Daddy... Oh, Sugar Daddy. Oh, was kommt denn von... Was war das? Was ist denn das hier von... Was ist denn das hier von... Sind sie alle von oben gekommen? Ich weiß ja nicht. Ich hab nur die... 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 Die Laterne fliegen sehen gerade. Ähm... Auf den Stuhl geschossen. Ihr seid eingeladen. So. Herzlichst eingeladen. Bei mir im Stream in... 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 ... zu steuern. Natürlich. Steuern. Steuern, das wär ja grausam. Also... Ach so, hast du schon eingeladen? Oh, weiter. Gaming und PvP, heute ist es gar kein Problem. Ohne Witz. Heute... Heute mach ich so das gerne. Kannst du gerne... Also Link nicht, aber den Rest kannst du gerne reinpacken. Tadaaa! Oh. Oh Gott ist mir mit meiner Maus aber heute. Längst heute mit Maus. Was ist denn das für ein Rennen? Das kenn ich noch gar nicht. Das ist ein Rennen, ne? Ja, 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 bitte. Das ist ein Rennen, ne? Sag an! Sag an! Das hab ich bis jetzt auch noch nicht richtig gespielt. Was war das denn gerade? Tschüss euch! Bei mir sind die auch... Tschüss! Okay. Ich steh noch oben. Ich nehm den A down. Das sind die Custom Spawns. Da steht neu jeder für sich selbst oben, ne? Und die anderen, die vergründen. Ich steh auch noch oben, wollte grad sagen. Aber wie das aussieht... Berlinski dürfte auch Wodka Army sein, wenn ich mich nicht täusche. Berlinski. Berlinski? Wodka Army? Okay. Übrigens, ähm... Hast du Berlinski? Was? Berlinski? Ja. Wodka Army. Ich wollte ihm grad sagen. Berlinski, wenn du zu Wodka Army gehörst, schreibst rein. Berlinski? Berlinski! Ist das nicht polnisch? Na egal. Ist alles polnisch für mich. Was ist denn das bitte? Wo soll ich denn da lang fahren? Da muss es lang gehen. Nein! Oh Gott ich hasse so eine Rennen. Ey du bist so ein Arsch. Du bist so ein Arsch! Du bist so ein Arsch! Ich seh nix! Mein! Scheiße! Oh 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 oh! Oh fuck! Huch! Was da sein? Boah ist das kacke, oder? Also eigentlich ist er recht easy! Ja, ich hab mich so erschrocken bei dem Brummkreisel hier. Weil ich seh da nix mehr. Ich, da wenn du einfach gerade runterfährst, nur gar nicht. Oh shit, nein, das stand halt im Weg, hallo? Ja, du hast gerade in den Caps geschrieben, war nicht so. In der Dienste Königinigkeit. Kann mir gerade auch nicht angucken, was du im Film hast. Boah, wie komm ich denn jetzt rüber bitte? Sprengen. Ich hab auch das Problem. Nein, scheiße. Boah, du suchst doch mal Sachen aus, ey. Ey, das ist ja... vor allem, ich bin ja zu Fuß schon scheiße, ja? Und vielleicht beim Atmen manchmal, aber... Aber weißt du, hab ich einen Checkpoint schon geschafft? Oder zwei? Ne, ey, ich hab zwei schon... nein, komm, komm, komm. Ich schubbel jetzt. Oder auch nicht. Me? Schlaf! Warte mal, ich muss... F geht doch, ne? Ich hätte auch G A einstellen können, aber da hätte er Mario. Das wär ja noch mieser, oder? Das ist richtig. Bis eben. Eben. Aber da könnte man aussteigen. Ne, du hast den Großbuchstern geschrieben wahrscheinlich. Ey, wie komm ich denn da hoch, bitte? Ach hier, ne. So, Wodka ist der Sinn des Lebens, Albert Einstein. Das ist das... Das ist das... Ne, wie war das? Bestimmt geschrieben, ja. Das... Du hast doch bestimmt Wodka im Blut, ja? Hallo? Ne, das ist das Blut. Das ist das... der Lebenssaft. Ach, da kommt der rote Wodka. Ja. Ich sollte ihm mal Wodka spenden. Ich sollte ihm mal Wodka spenden. Ja! Hey, Dustin! Scheiße! Was, Dustin? Das ist doch was wie Justin, oder so, ne? Ne. Ja, nicht. Justin ist seine Name, Justin ist... Okay, du hast gewonnen. Okay. Ich komm hier nicht hoch, ich... Was, hat jeder gewonnen? Sind wir fertig? Nein. Scheiße. Ich bin aber im letzten Stück. Ich schummel gerade. Ich hab mich grad hoch gearbeitet. Weißt du sie? Nein. Das hat keiner gesehen. Wer ne? Wer ne? Wer ne? Wer ne? Oh, hier ist endlich mal Straße. Wodka Army! Ey, Gaming und PvP... Das darfst du nicht schreiben, wenn du kein Russe bist. Das... Das geht doch nicht. Das darf ich nicht mal als Pol... äh... als Pol... als Polen... als Polen... als Polen... als Polen... als Eichenpolle oder so. Oh, Sandy, du bist auch schon echt weit. Ja, endlich. Du könntest das noch beenden, wenn der Mario dann kurz warten würde. Au, 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 irgendwas ist explodiert. Oder... So, so. Was, wer so la... äh, wer so sagt... Ey, als hätt ich's gesoffen. Ihr habt mir zu viel Wodka hier ja gerade intravenös gegeben. Zu viel im TS-Ausbruch. Ne? Genau, jetzt strömt. Zu viel Wodka-Eiden in the streams. Oh scheiße, was ist denn das? Schaff ich nicht, schaff ich nicht. Lade aus. Schaffst du. Packst du. Nein! Oh scheiße. Du hast zu spät gesehen, ich komm nicht mehr raus. Scheiße. Ich hab's geschafft drüben. Okay, Sandy schaffts nicht mehr. Weiß nicht. Doch, 19 Sekunden. Die Macht der heiligen Wodka. Ey, ich hab zu lange an dieser einen Stelle da rumgehangen. Ich hätte gern die... Ich hätte gern die... Ich hätte gern die Flasche. Ich hätte gern die Flasche. Wurde gelesen. Ja. Du hast ein Creeper hinter mir gekommen. Oh Gott. Hä? Zweier... Was? Du hast überlebt? Nee, ich hab bei mir im Kanal Quoten. Ich glaub's nicht. Gibt aber schon wieder keine Cola. Oder so ein Mitleidsboot. Ja, null? Ja. Oh, 820. Ich werd reich. Wie war das? Road to the boat? Nicht. Road to the boat? Na, das ist richtig viel Spaß. Ich glaub ich bleib lieber beim Road to the boat. Road to the boat. Road to the boat. Road to the boat. Was hast du denn für Hampel? Das ist ein mega gutes Lied. Song Request kannst du machen, wenn es von YouTube ist. Dann einfach nur Rufzeichen, Song Request und dann den YouTube-Bund drauf. prohibit spoiler Aufnahmen das sono nichtool-bundzufelverfahren oder? Ja. Das ist ja genau bleibt morgen und autonomy. Ja. So ist das Beste Million. ь keeps